Im März 2024, einem Jahr, was gemeinhin als eines der Superwahljahre bezeichnet wird. Bei mir sitzen habe ich Steve Allin. Herr Allin, schön, dass Sie da sind. Warum komme ich denn auf die Idee, das Superwahljahr mit Ihrer Person zu verknüpfen? Das könnte daran liegen, dass ich der diesjährige Kreiswahlleiter bin, der die vier Wahlen auf Landkreisebene zu verantworten hat. Welche vier Wahlen sind das? Zum einen am 26. Mai die Wahl des Landrates und die Wahl des Kreistages, am 9. Juni die Europawahl und am 1. September die Landtagswahl. Ja, Sie blicken dem offensichtlich gespannt entgegen. Ich unterstelle, jedenfalls habe ich das ja auch so wahrgenommen, dass wir Sie nicht zu dieser Aufgabe prügeln mussten. Also ich darf, glaube ich, an dieser Stelle auch verraten, dass Sie Beschäftigter der Kreisverwaltung sind. Das heißt, uns verbindet das gemeinsame Arbeitsverhältnis. Und deshalb weiß ich, dass wir Sie nicht dazu hinprügeln mussten, sondern dass Sie diese Aufgabe auch, jedenfalls nach meinem Eindruck, auch ein ganzes Stück weit gerne machen. Stimmt das oder ist das eine Aufgabe, die man so machen muss, weil man sie machen muss? Der Eindruck täuscht nicht. Die Aufgabe übernehme ich sehr gerne. Mein Vorteil ist, dass ich bereits seit dem Jahr 2017 mit Wahlen zu tun habe. Das heißt, im damaligen Kreiswahlbüro als Mitarbeiter konnte ich den damaligen Kreiswahlleiter unterstützen, habe im Jahr 2018 dann auch die Landratswahl im Wahlbüro mit unterstützt. Im Jahr 2019 war ich dann bereits der stellvertretende Kreiswahlleiter. Und erstmals im Jahr 2021 zur Bundestagswahl durfte ich die Hauptverantwortung übernehmen für den Wahlkreis Gotha im Kreis, um dann dort die Bundestagswahl zu organisieren. Was macht den Reiz aus? Was macht die Freude daran, die Wahlen zu organisieren? Für mich ist es immer wieder eine neue Herausforderung, sich in das Wahlgeschäft, in das Wahlgebiet, in die Wahlthemen einzuarbeiten und sich da wieder auf den neuesten Stand zu bringen. Das ist das eine. Das andere ist die Zusammenarbeit mit den Gemeinden. Die macht ungeheimen Spaß, ungeheuer Spaß. Und im Grunde genommen ist es natürlich auch die Außenwirkung, die man dann hat als Kreiswahlleiter, die reizt einen schon. Das ist also die globale Einschätzung, warum Sie diese Aufgabe gerne machen. Was muss man sich denn darunter vorstellen unter der Arbeit im Wahlbüro oder als Kreiswahlleiter? Also ich denke, viele Menschen, die uns zuhören, haben hoffentlich schon an der einen oder anderen Wahl teilgenommen oder sind Erstwähler und gehen jetzt das erste Mal zur Wahl. Aber man hat doch ein Bild vor Augen. Also dass man irgendwie die Wahlbenachrichtigung bekommt und dann mit der Wahlbenachrichtigung und dem Personalausweis in sein Wahlbüro tingelt am Wahlsonntag oder vorher ins Briefwahlbüro. Da von den Damen und Herren im Wahlbüro die Wahlunterlagen in die Hand gedrückt bekommt, in die Wahlkabine geht, sein Kreuzchen macht, es in die Urne wirft. Manch einer hat vielleicht noch wahrgenommen, dass dann am Anschluss dieses Tages auch ausgezählt wird. Aber die wenigsten haben ja wirklich einen unmittelbaren Eindruck, was da im Hintergrund läuft. Was ist da zu tun, um die Wahl vorzubereiten? Was ist im Voraus zu tun? Was ist während der Wahl zu tun? Und was ist vielleicht auch danach notwendig? Die Wahlvorbereitung beginnt bereits sechs Monate ungefähr vor dem eigentlichen Wahltermin. Da beginnt es zum Beispiel mit der Bestellung der Unterlagen. Das heißt, die Stimmzettelumschläge, die Wahlbriefumschläge, Siegelmarken zum Beispiel für die Verpackung der Wahlunterlagen bzw. zum Versiegeln der Wahlordnen. Das muss zu dem Zeitpunkt bereits bestellt werden. Als nächstes werden die Parteien aufgefordert, Wahlvorschläge einzureichen. Das heißt, für die Landratswahl einen Kandidaten mehr zu benennen, der auf dem Stimmzettel stehen soll. Für die Kreistagswahl ganz konkret können bis zu 50 Bewerber vorgeschlagen werden. Und sobald diese Wahlvorschläge da sind, werden die geprüft, ob die formellen Voraussetzungen zur Zulassung vorliegen. Anschließend findet im Wahlausschuss nochmal eine Prüfung der Mitglieder dort statt und wird entschieden darüber, ob diese Wahlvorschläge in ihrer Gesamtheit dann auch im Stimmzettel sich wiederfinden. Und anschließend beginnt schon die Beauftragung der Stimmzettel und bestenfalls die Auslieferung so, dass drei Wochen vor Beginn, vor dem Wahltermin, die Briefwahl beginnen kann. Ich würde nochmal ganz kurz an der Stelle noch eine Nachfrage mit einflechten. Der Wahlausschuss prüft die Wahlvorschläge. Auf was wird da geprüft? Wird geprüft, ob die Menschen dem Wahlausschuss genehm sind und zur Wahl kandidieren dürfen? Oder was sind die Kriterien, die da überprüft werden? Nein, also eine politische Meinung oder Ausrichtung wird an dieser Stelle nicht geprüft im Wahlausschuss. Es geht rein darum, ob die formellen Voraussetzungen, die nach den Wahlvorschriften vorgegeben sind, eingehalten wurden. Das heißt, ist der Wahlvorschlag ordnungsgemäß eingereicht, sind zu den einzelnen Bewerbern auch alle Nachweise über die Wahlberechtigung da, haben die Bewerber auch tatsächlich ihre Zustimmung erklärt, um auf dem Stimmzettel für diese eine Verteile zu erscheinen und wurde dann auch die Versammlung zur Aufstellung bewerberordnungsgemäß durchgeführt. Das sind alles Punkte, die der Kreiswahlauter im Vorhinein zu prüfen hat. Und zum Schluss kann der Wahlausschuss nicht nach politischen Dingen gehen, sondern wirklich nur liegen die formellen Voraussetzungen vor. Und damit diese vorliegen, hat der Kreiswahlauter auch entsprechend die Parteien im Vorhinein während der Abgabe der Wahlvorschläge und wenn es erforderlich ist, auch im Nachhinein noch zu beraten und aufzufordern, im Grunde genommen die Zulässigkeit des Wahlvorschlages auch herzustellen. Also kann man eigentlich festhalten, dass in der Vorbereitung gerade dieses Prozesses oder in der Durchführung dieses Prozesses der Listenaufstellung oder der Kandidatenaufstellung, sie schon auch ein Stück weit den Auftrag haben, zu ermöglichen, dass die Parteien auch dazu kommen, ihre Vorschläge auch rechtskonform einzureichen. Also es gibt ja manchmal draußen so eine Debatte oder so Unterstellungen, dass da irgendwie Dinge irgendwie fingiert würden oder verhindert. Aber das klingt ja dann, wenn ich das so höre, genau nach dem Gegenteil, dass sie eigentlich den Auftrag haben, möglichst alles zu unternehmen, um die Wahlvorschläge auch zu ermöglichen. Ja, das stimmt. Gut, dann würden wir nochmal in den Zeitstrahl wieder einsteigen. Sie waren jetzt bei der Frage Versand der Wahlunterlagen an die Gemeinden. Welche Aufgaben haben die Gemeinden bei der Durchführung dieser Wahlen? Für die Landratswahl und die Kreistagswahl haben die Gemeinden unter anderem die Aufgabe, die Wahlunterlagen selbst zu beschaffen. Außer die Stimmzettel, die organisiere ich. Und sie haben unter anderem die Wahllokale einzurichten. Sie haben die Wahlvorstände zu besetzen. Das heißt, sie rufen jetzt im Moment auch wieder aktiv auf zur Mitarbeit in den Wahlvorständen, die sogenannten Wahlhelfer. Sie haben die Briefwahl abzusichern. Das heißt, ab dem 6. Mai voraussichtlich können dann die Briefwahlunterlagen versendet werden, beziehungsweise wird in den Gemeinden ermöglicht, die Briefwahl vor Ort durchzuführen. Die Gemeinden haben, was die Landratswahl und Kreistagswahl, ich betone es nochmal, betrifft, dann auch die Niederschriften, die die Wahlvorstände an dem Wahltag nach Ergebnisermittlung verfassen, mir vorzulegen, damit ich diese dann dem Wahlausschuss wieder zur endgültigen Feststellung des Wahlergebnisses vorlegen kann. Was ich aber nicht verschweigen will, was natürlich auch eine Hauptaufgabe für die Gemeinden zum 26. Mai sein wird, sie haben selber eigene Wahlen zu organisieren. Das heißt, auch dort sind Wahlvorschläge einzureichen, sind Wahlvorschläge zu prüfen, den Wahlausschuss zur Verschlussfassung vorzulegen und auch entsprechende Stimmzettel dann herzustellen, sodass im Grunde genommen die Hauptarbeit der Gemeinden tatsächlich die eigenen Gemeindewahlen seiten werden. Jetzt haben wir über Wahlvorstände und Wahlausschuss gesprochen. Beim Wahlausschuss haben wir es ja schon ein bisschen beschrieben, was das so ist. Wahlvorstand, was ist so ein Wahlvorstand und was muss ich machen, wenn ich sage, ich möchte gerne auch Wahlvorstand werden? Ist es so ein bisschen ähnlich wie bei einem Vereinsvorstand, dass man sich von irgendjemandem wählen lassen muss oder wie wird man Wahlhelfer und Wahlvorstandsmitglied? Wie schon gesagt, die Gemeinden rufen im Moment auf, sich als Wahlhelfer freiwillig zu melden. Das heißt, wenn man Interesse an dieser Tätigkeit hat, kann man sich jederzeit an die Gemeinde oder Stadtverwaltung wenden. Diese machen auch im Vorhinein nochmal Schulung dieser Wahlvorstände. Und praktisch wird es so laufen, dass am Wahltag die Wahlvorstände grundsätzlich erstmal für den ordnungsgemäßen Ablauf des Wahltages verantwortlich sind, anschließend auch für die Ergebnisermittlung und das Fertigen der Niederschrift. Wie kann man sich das vorstellen? Der Wahlvorstand trifft sich in den meisten Fällen gegen 7.30 Uhr am Wahltag, wird nochmal vor Ort eingewiesen durch den Wahlleiter beziehungsweise dann durch den Wahlvorsteher selbst, der den Hut auf hat an dem Tag in dem Wahlvorstand. Ab 8 Uhr können die Wähler dann ins Wahllokal kommen, um ihre Stimme abzugeben. Der Wahlvorstand wird dann anhand des Wählerverzeichnens prüfen, ob eine Wahlberechtigung vorliegt, wird entsprechend die Stimmzettel ausgeben und schauen, dass dann nach der Stimmabgabe der Stimmzettel in der richtigen Wahlurne landet. Zwischendurch hat der Wahlvorstand auch die Aufgabe, einfach zu schauen, ob vor dem Wahllokal möglicherweise sich Schlangen bilden und dort für eine gewisse Ordnung zu sorgen. Ab 18 Uhr wird dann das Ergebnis ermittelt. Das heißt, die Wahlurnen werden nach den anderen ausgewertet und eine entsprechende Niederschrift für jede einzelne Wahl gefertigt. Wir haben jetzt schon an der einen oder anderen Stelle über die Frage gesprochen, was zu tun ist, um die Wahl ordnungsgemäß durchzuführen. Das ist bei Ihnen jetzt schon mehrmals so durchgeklungen. Und was Sie auch beschreiben zu der Frage Ablauf, was müssen die Gemeinden machen, was ist am Wahltag zu tun für die Wahlvorstände, da klingt ja immer wieder durch, dass es darum geht, eine ordnungsgemäße Wahl zu organisieren. Wir haben ja in den vergangenen Monaten, wer die überregionale Presse verfolgt hat, da ist die Frage ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen ein bisschen im Fokus gewesen, nämlich mit Blick auf die Bundestagswahl in Berlin, wo ja sogar auch nochmal wiederholt worden ist. Was ist da passiert, dass wiederholt werden musste? Und ist das die Regel, dass Wahlen wiederholt werden müssen, weil es nicht ordnungsgemäß ist? Oder ist es eher eine Ausnahme? In Berlin sind einige Wahlprobleme aufgetreten. Trotz guter Vorbereitung aus meiner Sicht. Das Problem ist einfach die Vielzahl an Wahlen, die an diesem einen Tag in Berlin stattgefunden hat. Allein bei der Bundestagswahl sind in Berlin zwölf unterschiedliche Stimmzettel auszugeben gewesen. Dann hat man noch das Berliner Abgeordnetenhaus gewählt. Und was die Sache noch komplizierter gemacht hat, dass dort auch unterschiedliche Wahlberechtigungen für jede Wahl vorlagen. Das heißt, für die Bundestagswahl durfte man 18 wählen, Berliner Abgeordnetenhaus schon mit 16. Das hat auch den einen oder anderen Wahlvorstand offensichtlich ein wenig durcheinander gebracht, dass dort teilweise auch die Stimmzettel gar nicht ausgeteilt wurden. Zudem kam noch dazu, dass in Berlin nun der Marathoner stattgefunden hat und die Wahllokale dementsprechend auch gar nicht erreicht werden konnten, um zum Beispiel noch Stimmzettel dann im Nachhinein zu liefern. Die Druckereien haben offensichtlich auch nicht ganz sauber gearbeitet. Das heißt, dass dort auch Stimmzettel nicht dort so verpackt wurden, wie es beauftragt war. Auch bei der Post gab es offensichtlich Probleme bei der Zustellung, sodass man nicht sagen kann, es gab jetzt einen Hauptgrund, warum dort alles schiefgelaufen ist oder vieles nicht korrekt abgelaufen ist. Das größte Problem ist eigentlich tatsächlich gewesen, dass die in Berlin ganz viele Wahlen an einem Tag organisieren mussten. Sie hatten, glaube ich, über 100 verschiedene Stimmzettel, die an diesem Tag im Umlauf waren. Das ist natürlich auch mit dem Landkreis Gota nicht unbedingt zu vergleichen. Da ist das Wahlgebiet deutlich kleiner, auch die Anzahl der Wahlberechtigten ist deutlich kleiner, sodass ich zumindest hier mit solchen Ausmaß von Problemen nicht rechne. zur Frage, ob es üblich ist, dass so eine Wahl dann wiederholt wird. Es kam zum Glück in der Vergangenheit noch nicht so oft vor. Die Entscheidung, eine solche Wahl zu wiederholen, wird dann getroffen, wenn die Probleme Auswirkungen auf das Wahlergebnis haben können. Und das hat der Bundeswahlausschuss so festgestellt, sodass in Teilbezirken in Berlin tatsächlich die Wahl wiederholt werden musste. Nicht in ganz Berlin, aber da, wo die gravierenden Probleme aufgetreten sind, die dann beeinflussend gewesen sind, musste die Wahl entsprechend wiederholen werden. Ich habe das jetzt gerade vernommen, dass Sie gesagt haben, die Situation im Landkreis Gota ist eine andere, weil nicht so viele Wahlen sind und weil der Landkreis nicht so viele Wahlberechtigte hat. Eine solche Situation kann aber ja, das unterstelle ich jetzt mal, dass diese Situation in Berlin sicherlich den Verantwortlichen dort die ein oder andere unruhige Nacht bereitet hat. Wahrscheinlich jedenfalls im Nachhinein. Jetzt erlebe ich Sie als einen sehr ausgeglichenen und ruhigen Kollegen. Gibt es in der Wahlvorbereitung irgendwas, wo Sie sagen, wenn das passiert, wird das bei mir auch zu unruhigen Nächten führen? Oder gibt es ohnehin Dinge, die Sie in der Wahlvorbereitung zu unruhigen Nächten bringen? Also unruhige Nächte hatte ich tatsächlich bisher noch nicht. Was auch sicherlich daran liegt, dass ich nicht zum ersten Mal mit dem Wahlthema beschäftigt bin. Auch eine sehr gute Einarbeitung seitens meines Vorgängers hatte. Was tatsächlich zu Problemen führen könnte, wäre dann der Knackpunkt der Stimmzettelherstellung. Falls es da irgendwo in der Druckerei Probleme gibt, dann hat es natürlich auch eine gewisse Außenwirkung. Stimmzettel haben ja auch ein gewisses Format, was jetzt auch nicht bei jeder Druckerei auf Halde liegt. So, dass dort wirklich der Knackpunkt wäre, wenn etwas bei der Stimmzettelherstellung schiefläuft. Ansonsten gibt es aus meiner Sicht jetzt bisher aktuell keine Punkte, wo ich sage, jetzt sehe ich ein großes Problem, jetzt funktioniert die Wahl nicht und wir müssen wiederholen. Ich möchte ganz gerne nochmal auf das Thema Briefwahl eingehen, weil auch das ja schon mal angeklungen ist. Und die Briefwahl ist nach meiner Wahrnehmung ja durchaus auch einer der Punkte, die im politischen Raum an der einen oder anderen Stelle auch diskutiert wird. Man kann ja anhand der Zahlen der letzten Wahlen einen Trend verzeichnen, dass die Briefwahl zunimmt, dass es also mehr Wählerinnen und Wähler gibt, die sagen, ich möchte gerne die Zeit vorher nutzen, um meine Stimme abzugeben. Vielleicht um nicht auf den Wahlsonntag festgelegt zu sein oder um sicher zu gehen, dass man seine Stimme auch tatsächlich abgegeben hat. Umgekehrt gibt es die Unterstellung, dass die Briefwahlen viel anfälliger wären für Wahlmanipulationen. Jetzt frage ich mal jemanden, der für die Organisation von Wahlen zuständig ist und der das ja offensichtlich auch mit Herzblut macht. Wie anfällig ist denn Wahl überhaupt für Manipulationen? Und ist die Briefwahl anfälliger als die Wahl im Wahllokal? Aufgrund der Wahlvorschriften, die wir in Deutschland haben, ist eine Manipulation sehr, sehr schwer. Ausgeschlossen ist es natürlich nicht. Aber damit überhaupt ein Einfluss auf das Wahlergebnis da ist, müsste das ja großflächig passieren. Und das ist so gut wie ausgeschlossen. Zu der Frage, ist denn die Briefwahl anfällig oder unsicher, hat sich bereits das Bundesverfassungsgericht 2013 damit beschäftigt und festgestellt, dass die Briefwahl eine sichere Variante der Wahl ist. Auch mit dem Wissen, dass natürlich auch dort eine Manipulation nicht gänzlich ausgeschlossen werden kann. Wobei ich darauf hinweisen muss, dass Wahlbetrug bzw. Wahlfälschung mit bis zu fünf Jahren Freiheitsstrafe geahndet werden könnte. Das Bundesverfassungsgericht hat eindeutig festgelegt und festgestellt, dass die Briefwahl trotz aller möglichen Manipulationsmöglichkeiten trotzdem eine sichere Variante ist, um seine Stimme abzugeben. Lassen Sie uns nochmal gucken, was so Beispiele sind. Also ich möchte jetzt ungern den Podcast nutzen, um eine Anleitung in die Welt zu entsenden, was man jetzt tun muss, um die Wahl zu manipulieren. Aber Sie haben ja, denke ich, auch zu Recht darauf hingewiesen, dass es sicherlich im Einzelfall da Unschärfen geben kann. Also ich unterstelle mal, vielleicht widersprechen Sie mir, wenn das was ganz anderes ist, als was Sie da vor Augen haben. Angenommen, ich hätte noch eine Großmutter, die noch leben würde und ich würde ihre Wahlbenachrichtigung mir aneignen im gemeinsamen Haushalt oder am Briefkasten der Großeltern und würde quasi für meine Großeltern Briefwahlunterlagen beantragen, würde die abfangen und würde quasi für meine Großeltern eine Stimme abgeben. Das wäre so ein Fall von Wahlmanipulation, weil nicht derjenige die Stimme abgegeben hat, der eigentlich berechtigt ist. Das habe ich so richtig verstanden und es wäre aber ja, wenn man das in großem Stil veranstalten wollte, eben so, dass es größere kriminelle Energie bräuchte, um sich Wahlscheine zu verschaffen. Habe ich das richtig versucht zu reflektieren? Sie haben das schon richtig reflektiert. Tatsächlich ist es so, dass ich am Küchentisch als Wahlverantwortlicher nicht daneben sitze und schaue, wer tatsächlich die Stimmabgabe betätigt hat. Auf dem Wahlschein selber, den man mit den Wahlunterlagen bekommt, ist aber ein Punkt drauf, an dem man an Eidestadt versichert, dass man persönlich die Stimme abgegeben hat und eine weitere Sicherheitsvorkehrung kann man praktisch gar nicht mit einbauen für diesen Punkt des Wahlablaufs und Wahlvorgangs. Und natürlich ist es so, dass das nicht gänzlich ausgeschlossen werden kann. Aber alles andere im weiteren Ablauf, wenn die Unterlagen an die Gemeinde versandt werden, dort die Unterlagen sicher verwahrt werden, die Auszählung selber am Wahltag stattfindet, die öffentlich ist, wo dann auch jeder Interessierte auch zuschauen kann. Wer das komplett infrage stellt und anzweifelt, dass die Ergebnisermittlung korrekt verläuft, hat natürlich auch die Möglichkeit, sich selber als Wahlhelfer mitzumelden und selber in einem solchen Wahlvorstand mitzuarbeiten. Dazu wollen wir gerne an dieser Stelle auch nochmal aufrufen, weil wir wissen, dass es eine ganze Reihe von Gemeinden im Landkreis gibt, die noch fleißig auf der Suche sind nach Wahlhelferinnen und Wahlhelfern für die Wahlvorstände. Das will ich an dieser Stelle nochmal ausdrücklich machen. Bevor wir nun völlig zum Ende kommen, Sie sind ja nicht hauptamtlich, also jetzt in der Wahlphase, doch hauptamtlich als Kreiswahlleiter. Ansonsten, wenn nicht gerade Wahlen anstehen, aber als Sachgebietsleiter im Straßenverkehrsamt beschäftigt. Wenn die Wahlen über die Bühne gegangen sind mit der Landtagswahl im September und die Wahlnachbereitung abgeschlossen ist, freuen Sie sich wieder in das eigentliche Aufgabenspektrum im Straßenverkehrsamt zurückzukommen oder ist es dann mit Wehmut mit dem Rückblick auf die Wahlen? Nein, ich freue mich natürlich, meine Hauptaufgabe dann wieder vollumfänglich wahrnehmen zu können. Mit der Einschränkung, dass natürlich nächstes Jahr schon wieder die Bundestagswahl ansteht und spätestens dann im Frühjahr auch dort die intensive Wahlvorbereitung beginnt. Da ich aber im Straßenverkehrsamt noch einiges an Aufgaben habe, insbesondere arbeite ich auch aktiv mit an der Umsetzung des Radverkehrskonzeptes und habe noch ein paar andere Sachen im Hintergrund, die ich gerne zukünftig umsetzen möchte. Da freue ich mich natürlich sehr, auch wieder dort einsteigen zu können. Sehr gut, also das ist eine gute Perspektive, die da offensichtlich auf Sie zukommt. Herr Alin, ich danke Ihnen nicht nur heute für das Gespräch, sondern natürlich auch tatsächlich für die Arbeit als Kreiswahlleiter. Das ist der Dank, der natürlich auch an die Kollegin stellvertretende Kreiswahlleiterin geht und an alle anderen, die damit beteiligt sind, egal ob hier im Landratsamt, draußen bei den Gemeinden oder im Ehrenamt. Ich hoffe, dass wir mit diesem Podcast ein bisschen dazu beitragen konnten, den Wahlprozess und das, was im Hintergrund läuft, etwas sichtbar zu machen und will vielleicht einladen, wenn es den einen oder anderen da draußen gibt, der dazu nochmal eine Nachfrage hat, gerne unsere Social-Media-Kanäle zu nutzen, um die Fragen an uns heranzutragen. Und ich hoffe, dass es ein bisschen gelungen ist, die Plausibilität herzustellen und den Eindruck, dass es Wahlverschiebung und Wahlmanipulationen im großen deutschen System so gut wie nicht geben kann. Ich wünsche Ihnen ein gutes Gelingen. Herzlichen Dank. Und das geht natürlich auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Macht's gut. Und mehr Infos zum Podcast gibt's auf landkreis-bota.de. zu retten kurz. Und das geht natürlich auch an alle Zuhörer. Wir sehen uns dann jetzt hier wieder. Und dann kommt da 새 Fragen an alle Zuhörer. Peter St.